Hallo, mein Name ist Christian Lang. Ich bin Tischermeister und leite zusammen mit meinem Bruder, die Tischerei Lang, aus Rede in vierter Generation. Wir haben hier im Musterhaus von Tefea die Kunststofffenster und Türen der Marke Kömmerling gefertigt, geliefert und fachgerecht montiert. Die Nachfrage nach intelligenten Lösungen für barrierefreies Bauen wird immer größer. Hier haben wir eine Lösung geschaffen von Wohnraum zur Terrasse mit einem schwellenlosen Übergang. Die Nullschwelle von Kömmerling mit einer absenkbaren Komfortdichtung. Die Nullschwelle ist in der Regel immer ein Sonderanschluss und es muss gewährleistet sein, dass von außen kein Wasser in das Gebäude eindringen kann. Zur Realisierung hierfür sind mehrere Gewerke zwingend erforderlich. Zum einen das Fenster, dann die Komponenten für die wasserführende Ebene und die Fassadenentwässerung, wie man hier sieht. Solltet ihr noch Fragen haben zu schwellenlosen Systemen oder barrierefreien Übergängen, so meldet euch bei uns oder bei der Firma Tefea.